Moin, ihr Survival-Fans! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von State of Decay, ihr Lieben! Was war das für eine dämliche Ansage? Wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg, um jemanden zu retten. Das können wir ja mittlerweile sehr gut. Und diese Fahrzeuge brennen alle. Wir können aber... Komm doch einfach raus... Ach, wie ist das denn? Wir können aber, Gott sei Dank... Tools bauen. Warte, sorry, Kumpel. Wir sind gleich soweit. Wieso habe ich so wenig Benzin, wenn der 41 steht? Ich kapier's nicht. Ich hoffe, das reicht für die Hin- und Rückfahrt. So, wir gehen retten. Du wollt' mich doch verarschen, oder? Das ist eine reine... Das ist eine reine Schikaner. Ich hoffe, dass alle bereit sind, weil wir einen großen Kampf haben. Alter. Gerade, wo ich abhauen wollte. Cain? Ernsthaft? Ich glaube, dabei sitzt du da hinten. Nee, das darf. Das darf. Das heißt, wir sind unter Attacken. Hör auf, wir holen ihn zurück. Gut, das haben sie. Ich weiß nicht, wie viel länger wir sie abhauen können. Nein, nicht du. Oh, Alter. Max? Achso, Max verfolgt mich. Darf ich jetzt eigentlich abhauen? Bitte. Ich muss Leben retten. Max? Sorry, Kumpel. Falsch rausgekommen. Und dann werden wir mal das da hinten noten. Ich fahre jetzt hier quer durch. Chaka. Nein. Weg nicht. If you're in here, speak up. Knock, knock. See you. Knock, knock. Knock, knock, knocking. I like stuff. Heaven's door. Hi Bradley. Yeah, come here for a sec. I just heard something. This ought to be fun. If a zombie siege is your idea, it would be fun. Hey, Matt, mit wirklich gutem Zeug zum Handeln ist in der Stadt. Die Person in der West, okay. Oh, Essen. Nehme ich mit. Klar nehme ich das mit. Wir gehen gleich los, Püppi. Du darfst gleich nach Hause. Gut, ich glaube, wir haben alles. Dann... Begleiter wechseln. Warum habe ich so eine ganz tolle Musik? Die Laura macht's einfach mal. Komm her. Die Laura macht's einfach mal. Komm her. Kumpel, du solltest... Ja, komm. Kommst du? Ja, komm. Hallo? Ich höre zu mich kommen, wenn du diese Flasche mit... Ja. Über... Infos? Nein! Nein! Nein, das wollte ich nicht! Nein! Nein, das wollte ich nicht! Warum? Was ist denn hier los? Was ist das? Shit, get rid of it! Alter, was war das? Alter, was war das? Nein, ich parke gleich mal ordentlich. Habt ihr das gesehen? Nein! Alter! Nicht wirklich! Oh, ich dachte, das wäre ein Wurfding. Ich wollte es werfen und nicht mich einsprühen. Ich bin ein Wurfdinger. Ich bin ein Wurfdinger. Hey. Er hast du uns geholfen. Ähm. Ähm. Ähm, Laura, wie geht's dir? Hier geht's Gott sei Dank gut. Ähm. Alter, ey. Habt ihr die Massen gesehen, die da auf einmal kamen? Himmel, ich hab noch nie so viele Leute gesehen. Waren das viele? Wie blieb da nichts anderes üblich, als mit dem Fahrzeug rein? Ich will mich gerne waschen. Auf so ein Duftzeug hab ich nämlich keine Lust. So, Laura, dann komm mal. Und Max packen wir gleich mal hin. Und die Autos planieren. Max werden wir sofort ins Bett hauen. Ja, es geht so. Ähm. Ja? Zum Charakter wechseln. Begleiter wegschicken. Achso. Ich dachte, ich hätte noch was. Das packen wir weg. Das, 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 das. Und das? Was? Ein werden wir uns? Ich hab was. Ja, solltest du. Komm, setz dich hier ran. Ich bin nicht mit dir reden. Hier können wir nichts weitermachen. Lasst mal schauen. Oh Gott. Sind hier viele. Äh. Ganz schön viele mysteriöse Wanderer. Äh. Ganz schön viele mysteriöse Wanderer. Einmarschieren und. Eine Runde. Yolo. Nahrung. Medikamente. Ach, scheiße. Ich wollte hier erstmal was reinpacken. So, gut. Das haben wir. Aufklärungsroheneinfluss erhalten. Ach, wir wollten ja etwas gucken. Stimmt. Ich glaub, so viel haben wir gar nicht. Gut. Gut, 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 gut. Oder dass sie looten gehen. Das werden wir einfach auch mal machen. Und. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nehme ich einfach die Duff mit. Du darfst auch mal was machen. Ich will nur ein bisschen looten gehen. Minimal looten. Was wir auch brauchen. Was wir auch brauchen. Oh. Wir. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, wir sollten die anderen eliminieren. Mal. Something's still moving in here. darf ganz ruhig auch was machen ja solltest du auch blöde plunze das tuten wir einfach mal ganz gelassen ja komm Was ist das? der steht noch wie viel schuss braucht es ist doch ein scherz bist du fertig mit nachter ja total gut definitiv hier ist sehr viel los in der stadt war irgendwas hier bis auf die arschgang da oben ist soweit alles in ordnung sehr schön sehr schön geht's besser nein ich wollte gemeinschaft wartet mal deutlicher verringert der rückstoß tritt während des ziels freigegeben schnelleres nachladen fähigkeit machen wir einfach mal das verringere die infektionen in krankenstationen sammeln mehrere seuchenproben und stelle heimitte effektiver her schalte aktionen zur verletzungsregeneration in kranken das erste pathologie dann können wir uns eigentlich die chirurgen aneignen kochkünste ja ja dann können wir eigentlich letzt auch gleich fertig bekomme ich irgendwelche besonderen punkte oder so dass wir jetzt auch noch ein klo haben wir können nämlich hier draußen noch ein bett hinstellen können wir hier oben irgendwas erziehen moral ist also weit gestärkt festessen verbraucht aber wie viel drei essen wir können servierungsstation installieren ich hoffe das war jetzt gut genug also weil eine aktion gerade ausgeführt wird die garten wollte ich noch was machen aber ich renne die ganze zeit mit sack rum das risiko ist hoch hier wollte ich was machen verbessert die gesundheit das sollten wir machen ne was erhöht die produktion von lebensmittel für einen garten oder lässt uns lebensmittel für einen vorübergehenden produktivitätsschub eines garten oder da ist einfach mal ne soll dementsprechend gut losgehen hier so ähm können wir hier noch irgendwas machen ach so ich hab immer noch meine uxal hinten drauf ich weiß so bitte ähm bitte bitte wir müssten eigentlich anfangen so langsam hier aufzuräumen rot was das auch immer bedeutet so viele hier einfach nur aschviele aschviele besonders wir haben sehr viele fahrzeuge in der näher ich glaube wir haben leichte probleme ne maxi nein absolut gar nicht ähm wir könnten permanente schutzzone wir könnten unseren nahrungsteil auch hier hinpacken ne dass wir alles hier unten haben wir haben ja jetzt momentan alles oben benzin auch auch hier unten hinpacken weiß es vielleicht am besten hier oben noch paar zu haben eigentlich ja ne außenposten die zinnige sind wir da was ich wollte irgendwas machen ich weiß aber nicht was gute frage nächste frage ich weiß nicht ob ich mir einen solchen herz jetzt vornehmen soll null munition läuft hey i got an offer for you do you want to meet up jay mysteriöser wanderer na ich weiß ja nicht weil wir brauchen schon munition ne so kommt beblasen nein pauli bleibt hier pauli ist noch nicht so richtig erfahren oder machen wir es einfach nehmen jetzt alles was explodiert und gehen da rein ausrüsten auch mit reinpacken jedenfalls lebensmittel an kanate ich gehe einfach jetzt mal hin und ja wünscht mir glück ne ich hoffe das überleben die beiden langsam müssen wir auch die solchen herzen eliminieren gehen jetzt weiter 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 Natürlich, die sind so viele. Ich bin so sick von Plage-Zombies. Chaos? Komm rein, alter. Oh, sorry Leute, aber ich liebe es, wenn die NPCs da so stehen. Oh, das ist doch so voll. Ja, da nehme ich eben Niki, so, zum Charakter wechseln. Das ist aber witzig, guck dir das mal an. Oh, ich kann das beißen drauf. Alter, einfach reinkommen, Tür zu, Fresshalten. Gasbombe. Nein, ich habe jetzt nicht nebenbei das unterbrochen. So, was haben wir hier? Ja, ja, das glaube ich dir. So, und hier. Gucken wir auch nochmal schnell rein. Das brauchen wir. Komm. Brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Das kann ich auch nicht ein. Ja, 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 ja. Ist er gut? Kann ich das noch einsammeln? Ja. Nimm das, 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 das. Zum Charakter wechseln. Na super, ich bin rammelvoll, aber okay. Ob wir das schaffen? Weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken. Ob wir noch eins erledigen können. Oh, jetzt haben wir auch nicht auf die Zoms geachtet. Alter, really? Wie fahr ich denn? Wie ne Spaghetti. I dropped off the goods. Ja. 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 Und jetzt? Ja. 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 Ich bin nicht okay hier. Ich bin nicht okay hier. Dann steig doch mal ein, Niki! Danke! I'm on the verge of getting really sick. Last one left. It's hurting! Don't let up now! Wir haben es geschafft. Alter. Warte. Oh, fuck. Aber sowas von beide sofort nach Hause. Wir müssen die solchen Herzen mitnehmen. Nein, raus. Raus. Sorry, Leute. So unter Strom gerade. Lass dir Zeit. Das haben wir. Aber wir haben zwei solchen Herzen. Beide sofort auf die Krankenstation. Wir haben zwei solchen Herzen. Sa-la-la-la. Wir haben zwei solchen Herzen. Sa-la-la-la. Hier, Mittelfingerzeit. Beutefinger. Sorry. Beutefinger. Weitsches Wort. Alter. Sorry. Keine Zeit. Ich dachte, ich würde einen von beiden jetzt verlieren. Also, Niki ist schon sehr arm dran. Dass sie überhaupt fahren kann, ist sehr erstaunlich. Ich hoffe, wir sind lockt und laden, weil wir einen Juggernaut haben. Was ist so schwein, ey? So, machen wir erstmal. Schön, dass wir was verloren haben. Zum Begleiter wechseln. Rein, 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 rein. Ja. Dann werden wir uns irgendeinen aussuchen. Den hier. Der ist auch gerade draußen. Sehr schön. Wir werden von Niki reinpacken. Wir werden Medizin verabreichen. Beide mit dir geben. Ja, komm. Halt die Klappe. Du bist das allererste Mal hier, ne? Das ist das allererste Mal, dass Niki hier ist. Mädchen. Enthusiastisch. Ja. Feiert euch. Ähm. Niki rein. Ich will sehen, ob Resty Appel geht um das. Ich will sehen, ob Resty Appel geht um das. Oh. Auf der Krankenstation wo? Ich liebe sowas. Okay, das müsste sie alleine schaffen. Glaub ich. das müsste sie alleine schaffen und ich werde jetzt meine Runde ich werde ihnen meine Runde aufrüsten und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.